Ja, moin moin und herzlich willkommen zu meinem M23 Softwareverteilungsvortrag. Mein Name ist Hauke Groß-Habermann und ich bin der Hauptentwickler vom M23 Softwareverteilungssystem. Ja, dann heute ist das eher so ein interaktiver Vortrag. Also ich habe ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall zeigen werde. Oder erstmal ein bisschen kurz zu mir. Ich bin der Hauptentwickler von M23. Ich organisiere auch eine Konkurrenzveranstaltung, die Kilo Open Source und Linux Tage. Ich biete Dienstleistungen an und jede Woche, fast jede Woche gibt es mit Jean und mir einen Livestream auf YouTube und Twitch. Genau, so heißt das Ganze. Und ich habe jetzt auch einen eigenen Kanal bei Peertube und YouTube, wo ich Dinge vorstelle, die ich so beruflich und privat mache. So, grundlegend dazu, was erwartet euch heute? Ich zeige erstmal ein paar Folien, damit ihr ungefähr wisst, was M23 so ist, was man damit machen kann. Das ist quasi für alle gedacht, die sich noch nicht damit auskennen, was M23 ist. Dann werde ich eine Live-Installation machen. Da werde ich über M23 ein Linux Mint 21 in einer virtuellen Maschine installieren. Über die M23 Oberfläche und hinterher haben wir ein lauffähiges System da drin. Können wir uns das nochmal kurz angucken. Und parallel dazu, diese Installation, die dauert ein paar Minuten. Da werde ich denn ein bisschen in der M23 Web-Oberfläche zeigen. Oder da könnt ihr auch Fragen im Chat stellen. Dann kann ich nochmal gezielter auf irgendwelche Themen eingehen, die euch halt interessieren. Ich könnte was erzählen dazu, wie M23 intern aufgebaut ist, wie die Kommunikation zwischen M23 Clients, also den Endgeräten und dem Server funktioniert, wie die Skriptgenerierung funktioniert, wie man automatische Updates macht, wie man Skripte für M23 Clients erstellt, damit man Pakete installiert, Konfigurationen ausrollt und so weiter und so fort. Und dann hätten wir auch noch die Masseninstallationen für wirklich viele Systeme, kann ich auch noch was drüber erzählen, Debian Repositories erstellen und verwalten oder auch interne Entwicklungsdinge, also wie man zum Beispiel Netzwerk-Boot-Images erstellt, den Kernel konfiguriert zu PHP, Bash und Co. Also das könnt ihr schon mal im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dass das so einen interaktiven Teil gibt. Wenn es da keine Fragen gibt, dann suche ich mir selbst was aus, aber ihr könnt das so ein bisschen mitentscheiden, wohin diese Reise gehen soll. Dann erstmal grundlegend, was ist M23 überhaupt? Ja, das ist erstmal dieser grundlegende Gedanke bei Softwareverteilung. Wir haben einen zentralen Server, von dem aus Software auf Endgeräten verteilt wird. Also das sind entweder virtuelle Maschinen, Desktop-Rechner oder auch Rechner, die die Rolle von einem Server haben. Dann darüber hinausgehend haben wir Client-Management, also Updates fahren, Installationen, Deinstallationen fahren auf den Systemen, Software konfigurieren, Einstellungen machen und so weiter und so fort. Weites Feld, das ist auch sehr individuell von einem Benutzer zum nächsten Benutzer, von einer Firma zur Organisation, also das ist wirklich sehr individuell und im Laufe der Zeit sind einige Extras hinzugekommen, die über diese klassische Softwareverteilung hinausgehen. Dann auf Seite der Kleindistribution, da haben wir einmal Debian, das ist quasi meine Hauptdistribution, wo sehr viel drüber abgebildet wird, wo sehr viele Kunden auch Debian einsetzen. Dann eine Ableitung davon, Linux Mint und Ubuntu, das sind ja Derivate von Debian ungefähr. Dann haben wir unten noch Fedora, CentOS und OpenSUSE, das sind auch jetzt die veralteten Logos, das hat den Hintergrund, das gibt eine M23-Erweiterung, um quasi beliebige Distributionen zu unterstützen und die sind quasi aus dem Support rausgefallen, weil die Versionen davon schon veraltet waren. Aber es gibt prinzipiell die Möglichkeit, diese M23-Erweiterung weiterhin zu benutzen, um damit jede beliebige Linux-Distributionen auch auszurollen. Müsste man ein bisschen anpassen, aber dann könnte man das damit auch machen. Erstmal so aus der Tüte fallen Debian, Linux Mint und Ubuntu mit den Desktops, die dort mitgeliefert werden. Wie sieht erstmal so eine klassische M23-Umgebung aus? Wir haben einen Rechner, auf dem wir die Web-Oberfläche verwenden und damit können wir die ganze andere Administration steuern. Normalerweise braucht ihr keine Kommandozeile, sondern ihr macht alles über einen Web-Browser. Das kann ein Laptop sein oder auch ein Tablet, wenn ihr das wollt. Es ist eigentlich komplett egal, Hauptsache es ist ein Web-Browser drauf. Dann haben wir den M23-Server, der übernimmt die Verwaltung aller M23-Clients im Netzwerk. Also die Bereitstellung von Aufträgen für die Systeme, Installation, Deinstallation und so weiter. Der M23-Server kann auch die Authentifizierung, also Benutzerkonten verwalten über LDAP. Oder wir können auch einen externen FreeIPA-Server verwenden, um auch spezielle Einstellungen für Benutzerkonten damit zu verwalten. Das könnt ihr alles machen, wie ihr möchtet. Und M23 ist quasi eine Tüte mit sehr vielen Angeboten. Ihr müsst sie nicht nutzen. Also ihr könnt wirklich das nehmen, was für eure Umgebung am besten ist. Dann ein weiterer Punkt ist, dass auf dem M23-Server jedes Paket, was auf irgendeinem Client installiert wird, zwischengespeichert wird. Und dann wird es nicht nochmal neu aus dem Internet runtergeladen. Ansonsten müssten jetzt zehn Clients zehnmal dasselbe Paket runterladen. Wenn ihr das installiert, wäre irgendwie blöd. Von daher speichert M23 die Pakete mit. Für Installationen in Umgebungen, wo es keinen Internetzugang gibt, könnt ihr auch eigene Paketquellen bauen, weil alles mit drin ist, was ihr braucht, um euer System auszurollen. Und dann seid ihr unabhängig vom Internet. Darüber hinaus sind noch weitere Komponenten drin. Also Entwicklungsumgebung haben wir in M23 drin, um Netzwerkboot-Images zu bauen, um den Quelltext auf GitLab zu bringen. Dann haben wir Virtualisierungsfunktionen und wirklich sehr, sehr viel mehr. Ja, auf der Client-Seite könnt ihr da verschiedene Distributionen installieren. Also Kubuntu zum Beispiel mit KDE, dann Ubuntu mit dem GNOM-basierten Desktop, den wir jetzt dabei haben, oder Xubuntu mit dem XFCE-Desktop. Und die könnt ihr in eurem Netzwerk auch alle parallel betreiben und gleichzeitig mit M23 installieren und administrieren. Ja, ein bisschen habe ich es ja schon vorweggenommen. Also ihr könnt einmal diese Bare-Metal-Installationen machen, dass ihr reale Hardware habt, Desktop-Systeme, richtige Server. Oder ihr könnt das auch virtuell installieren mit einer Virtualisierungsumgebung, ob das jetzt BoxMox ist, natives KVM, VirtualBox oder so. Damit könnt ihr komplette Installationen fahren. Ihr bootet die Rechner denn über PXE oder über ein Boot-ISO und dann partitioniert ihr die auch und formatiert die. Also komplett blanke Platten könnt ihr damit halt von Grund auf neu aufsetzen. Bei den Distributionen habt ihr die freie Wahl, welchen Kernel ihr denn mit installiert. Bei Debian, Ubuntu, Linux, Mint gibt es immer so eine Handvoll von Kerneln, die es dabei gibt, die mitgeliefert werden. Und bei den Desktops kommt es eben sehr darauf an, was die Distribution mitbringt. Also KDE-Gnome, XFCE, LXDE, LXCute gibt es ja auch noch, Trinity, Cinnamon, Unity in der 2D- und 3D-Variante. Wobei das jetzt ja schon quasi raus ist aus dem Support, obwohl es, vielleicht kommt es auch wieder, mal gucken. Dann haben wir auch noch Mate dabei oder wenn ihr einen Server damit installieren wollt, dann könnt ihr die grafische Oberfläche auch weglassen. Wenn ihr bei euch schon vorhandene Debian-basierte Systeme haben solltet, könnt ihr die auch in M23 integrieren und dann könnt ihr die weiter administrieren, als ob ihr sie ursprünglich mit M23 aufgesetzt hättet. Dann grundlegende Sachen von Software, Verteilungssystem, Installation, Deinstallation und Aktualisierung. Für zum Beispiel Schulungsumgebung ist auch die Client-Wiederherstellung praktisch. Damit könnt ihr so einen ganzen Schulungsraum auch wieder zurücksetzen, sodass die nächste Gruppe dann wieder genau den definierten Zustand hat, den diese Schulung haben soll. Oder einfach, wenn irgendwas kaputt ist, könnt ihr den Rechner damit wiederherstellen. Paketquellen könnt ihr verwalten. Paketquellen sind letztendlich die URLs, von wo die Software runtergeladen werden, aus dem Internet normalerweise, also von Ubuntu, Debian und Co. Da könnt ihr auch eigene Paketquellen zusammenstellen, mit zusätzlichen Paketen mischen, die vielleicht proprietäre Software abbilden. Und dann könnt ihr gezielt Paketquellen definieren und auf euren Rechnern verwenden. Ihr könnt auch Pakete direkt aus der M23-Oberfläche erstellen. Da könnt ihr ein Tar-Achiv hochladen und das wird umgewandelt in ein Debian-Paket und das ist dann sofort verfügbar auf den ganzen M23-Clients innerhalb von eurem Netzwerk. Wenn sie Debian-basiert sind, könnt ihr die einfach so ausräumen. Dann haben wir noch Komfort-Funktionen für wirklich viele Clients. Die Rechner sind in Gruppen eingeteilt. Standardmäßig gibt es eine Gruppe, die Default heißt. Da sind alle drin und dieser Gruppe kann man denn Installationsaufträge zuweisen, Update-Aufträge, Deinstallationsaufträge. Man kann Skripte darauf ausführen, aber man kann auch beliebig viele zusätzliche Gruppen bilden. Zum Beispiel so eine Gruppe für Büro-Rechner und denen kann man gezielt Pakete zuweisen. Also sowas wie LibreOffice, Inkscape, Gimp. Das wird dann darauf ausgerollt und auf den anderen Systemen, wie auch immer sie heißen mögen, wird dann was anderes ausgerollt. Wenn man jetzt sehr viele Rechner auf einmal installieren möchte, gibt es die Masseninstallation. Da definiert man in der Datenbank ein Template, wo grob der Client definiert wird. Der ist rein virtuell. Und von diesem Template aus kann man verschiedene Systeme, die real vorhanden sind, denn ableiten. Also sowas wie die MAC-Adresse trägt man denn ein. Man kann denn gezielt Benutzernamen und Client-Namen darüber vergeben. Man kann die teilweise auch automatisch generieren lassen, diese einzelnen Parameter wie ein Benutzernamen. Das geht alles darüber. Weiterer Punkt sind Paketzusammenstellungen. Ich kann so ein Bündel schnüren aus verschiedenen Anwendungen. Wieder dieses Beispiel mit dem Büro. Da kann man eben LibreOffice, Inkscape und Gimp zusammen Paket schnüren. Und dann heißt das Ganze vielleicht Büro-Applikationen. Und das kann ich als Ganzes denn ausbringen. Das Letzte ist aus einem Kundenprojekt, worum es da ging, virtuelle vordefinierte Maschinen auszurollen. Die waren ziemlich groß und das Netzwerk hatte bloß 100 Mbit. Und da gibt es eine Funktion, über Bitrollen große Dateien zu verteilen, sodass die einzelnen M23-Systeme im Netz bekannte Teile untereinander austauschen, sodass der Hauptserver deutlich entlastet wird. Also M23 ist quasi so eine Wundertüte mit verschiedenen Dingen. Einige sind quasi so Standard und andere Sachen sind halt speziell in Kundenprojekten mal entstanden. Aber für die Allgemeinheit sind die auch verfügbar. Ja, beim Thema Konfigurationsmanagement, das ist letztendlich so eine Geschmacksfrage. Ihr könnt einmal die M23-API verwenden und M23-Skripte damit schreiben. Da sind Funktionen bei, die Textdateien editieren können, sowas wie füge folgende Zeile ein, wenn in der Konfigurationsdatei folgender Text noch nicht vorhanden ist oder lösche die dritte Zeile nach dem folgenden Eintrag. Das kann man darüber machen. Dann gibt es die DEP-Conf, das ist ein Konfigurationssystem, was es bei Debian, Ubuntu und Linux Mint gibt. Das ist eine Konfigurationsdatenbank, die kann man auch schon vorher mit Werten belegen. Sowas wie bei Apache kann man vielleicht angeben, wo der Pfad für die Dateien sein soll, die übers Internet verfügbar gemacht werden können. Also Apache ist ein Web-Server und für viele andere Sachen gibt es da so vordefinierte Seiten. Und die kann man direkt über M23 in der Web-Oberfläche vorkonfigurieren und dann werden diese Pakete direkt so konfiguriert, wie ihr das in der Oberfläche angegeben habt. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Spezialisten für die Konfiguration einspannen, sowas wie Puppet, Rex, Chef, CF-Engine oder wenn ihr bei AWK oder Z eher zu Hause seid, könnt ihr es auch direkt darüber machen. Also ihr habt wirklich die breite Palette an verschiedenen Möglichkeiten, die ihr dort nutzen könnt. Oder ihr baut ein eigenes Debian-Paket, wo Skripte drin sind, wo die DEP-Conf angepasst wird, wo Konfigurationsdateien drin sind. Oder eine andere Variante wäre, ihr nehmt einfach ein Versionsverwaltungssystem wie Subversion, CVS oder was es noch alles gibt und packt da eure Konfigurationen rein und rollt die über ein M23-Skript aus. Ja, dann haben wir noch Virtualisierung. In dem M23-Server und den M23-Clients besteht die Möglichkeit, dass ihr darauf virtualisiert. Das ist in Virtualbox realisiert. In der M23-Oberfläche könnt ihr direkt virtuelle Systeme dort anlegen. Und innerhalb von dem Netzwerk verhalten sich diese virtuellen Clients quasi, als ob sie echte Rechner wären. Den Zugriff darauf könnt ihr über X2Go machen. Damit habt ihr grafischen Zugriff auf den Desktop, der da ist. Ihr könnt auch Dateien und Drucker freigeben. Ihr könnt sogar Sound übertragen. Das fällt quasi auch nochmal mit aus der Tüte. Könnt ihr benutzen, müsst ihr aber nicht, je nachdem, wie ihr es gerne haben möchtet. Ja, dann noch ein bisschen zum Entwicklungsbereich. Es gibt Entwicklerwerkzeuge, die sind Textmodus-basiert. Das ist nicht über die Web-Oberfläche abgebildet. Damit kann man Netzwerk-Boot-Images bauen. Die werden einmal gebraucht, um das System zu installieren. Also es fährt halt hoch übers Netzwerk, macht Konfiguration, Hardwarekennung und so weiter. Und das ist aus dem Linux-Körnel gebaut und weiteren Treibern, Skripten und so weiter. Und die kann man auch selbst bauen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Dokumentation zu generieren. Das braucht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Das benutze ich halt. Dann gibt es in der Web-Oberfläche einen Skript-Editor, womit ihr Skripte schreiben könnt. Den Paket-Architekten, womit Debian-Pakete gebaut werden. Und weitere Entwicklungswerkzeuge, um zum Beispiel Forks zu bauen. Wenn ich eine neue Version gebaut habe, mache ich denn hinterher einen Fork nach dem Release. Und dann entwickle ich das weiter in der neuen Version. Ja, das wäre jetzt so grob erst mal die Wundertüte. Da könnt ihr euch überlegen, ob ihr zu diesen Punkten schon irgendwelche Fragen habt. Ich würde jetzt als nächstes diese Installation mal anschmeißen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier eine virtuelle Maschine. Da läuft schon mein M23-Server drin. Das ist ein 64-bittiges Debian 11. Da habe ich die M23-Pakete drauf installiert. Und wenn ich jetzt mal in die M23-Oberfläche rüberspringe, dann habe ich hier einmal die Kategorie Clients, dann hinzufügen. Das ist dieser Punkt, den ich verwende, wenn ich ein einzelnes System ohne Masseninstallation hinzufügen und konfigurieren und administrieren möchte. Das Ganze, was ihr hier seht, ist oben so ein bisschen rot umrahmt, denn das Ganze ist im Moment eine Entwickler-Version. Die Version ist noch so nicht rausgekommen. Erzähle ich nachher während der Installationsphase auch noch ein bisschen mehr mit dazu, was jetzt neu in dieser Version ist und noch mal einen kurzen Überblick, was jetzt in der ersten Version, die dies herausgekommen ist, was sich da so getan hat. So, jetzt habe ich hier verschiedene Punkte. Einen Anmeldungsnamen. Ich mache es jetzt einfach mal mit Test. Dann Client-Namen, den nenne ich jetzt einfach mal Tux-Tage. Dann für den Hauptbenutzer, der das System normalerweise vor sich hat. Da ist einfach auch jetzt Test. Dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Boot-Arten zu wählen. Wenn ich ein BIOS-basiertes System habe, verwende ich PXE. Und wenn ich eins mit UEFI habe, dann verwende ich diesen Punkt hier. Dann gibt es noch Spezialvarianten. GPXE, wenn ich einen externen DHCP-Server habe. Wenn ich das System vielleicht über einen USB-Stick starte oder ich eine Konfiguration habe, wo das normale PXE nicht funktioniert hat, kann ich das wählen. Aber normalerweise PXE für BIOS-Systeme oder UEFI. Da meine Virtualbox, in der ich das Ganze gleich mal zeigen werde, das normale BIOS emuliert, nehme ich das einfach. Dann kann ich noch festlegen, was für eine Architektur ich haben möchte. Ob ich jetzt AMD 64 oder I386 habe. I386 brauchen wir sehr höchstwahrscheinlich nicht mehr. Ubuntu und Linux Mint haben es schon längst rausgeschmissen. Aber bei Debian hätte ich noch die Möglichkeit, ein 32-Bit-System zu installieren. Dann habe ich die MAC-Adresse. Die wird gebraucht, um das System eindeutig im Netzwerk zu identifizieren, damit das Netzwerkbooten funktioniert. Die muss ich mir gleich einmal von meiner neu eingelegten virtuellen Maschine generieren lassen, damit ich die da eintragen kann. Dann Benutzerpasswort mache ich auch jetzt einmal Test und Rootpasswort lasse ich auch auf Test. Ja, so grundlegende Dinge wie die Zeitzone. Ja, das ist für uns eine ganz gute Wahl, denke ich mal. Dann, ob ich die Systemzeit per NTP ermitteln möchte, damit sie mal automatisch richtig eingestellt ist, Druckertreiber installieren und angeschlossene Drucker erkennen, brauchen wir für eine virtuelle Maschine erstmal nicht. Von daher lasse ich sie ja mal weg. Das geht dann auch noch einen Tick schneller, wenn das nicht angehakt ist. Dann kann ich mir noch auswählen, ob ich die Anmeldedaten, die ich jetzt hier oben angegeben habe, ob die lokal gespeichert werden sollen. Das heißt, dann kann ich mich auch ohne Netzwerkzugriff auf dem System anmelden. Könnte ich auch wegnehmen den Haken und das Ganze über LDAP machen. Oder wenn ich meinen M23-Server mit FreeIPA verbunden hätte, könnte ich dort auch auswählen über FreeIPA. Oder wenn das Ganze auf dem Univention Corporate Server installiert ist, dann hätte ich ja auch die Möglichkeit, das damit zu verknüpfen. Aber ich benutze jetzt hier für die Demonstration LDAP nicht. Aber ich könnte den M23-eigenen LDAP-Server, der eben auch so aus der Tüte fällt, mitbenutzen. Dann gibt es hier auch noch die Gruppe. Default ist die Standardgruppe. Wenn ich jetzt mehr hier definiert hätte, könnte ich denn den Rechner auch gleichzeitig noch in Bürogruppe, Grafikabteilung und Co. eintragen. Aber das mache ich für die Demonstrationen hier nicht. So, jetzt brauche ich erstmal eine neue virtuelle Maschine. Da lege ich mir über VirtualBox eine neue an. Da vergebe ich erstmal einen Namen. Sage ich Tux-Tage-VM. Ich möchte ein Linux-System haben. Und das basiert auf Ubuntu 64-Bit. Ich möchte ja ein Linux-Mint haben. Und das basiert eben auf Ubuntu. Dann gebe ich hier noch vor, wie viel Arbeitsspeicher das System haben soll. Ein Gigabyte RAM würde zwar ausreichen, aber ich gebe dem jetzt mal ein bisschen mehr. Dann geht es vielleicht noch ein Tick schneller. Dann gebe ich an, dass ich eine neue Festplatte erzeugen möchte. 10 Gigabyte ist auch ein bisschen klein. Von daher mache ich die gleich noch ein bisschen größer. Ich kann hier auswählen, ob ich die dynamisch erstellen möchte. Die wächst also mit den Daten, die draufgeschrieben werden. Und dann wird nicht dieser ganze Speicher, den ich vorher definiert habe, sofort belegt, sondern es wächst halt. So, hier draus mache ich jetzt mal 25 Gigabyte. Die virtuelle Festplatte kann also auf 25 Gigabyte anwachsen, wenn es gebraucht wird. Und ansonsten bleibt die Datei halt kleiner. Dann mache ich hier nochmal eine Anpassung. Bei Allgemeinen kann ich jetzt unter System hier, kann ich nochmal einstellen, Prozessor, nicht ein Kern, sondern, ach, ich gebe dem jetzt mal vier hier. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Wird keinen großen Unterschied machen, aber dann, ja, geht die Installation vielleicht nicht schneller. Ein wichtiger Punkt dabei ist Netzwerk. Dort sage ich Netzwerkbrücke. Mit Netzwerkbrücke kommuniziert meine virtuelle Maschine über die vorhandene Netzwerkschnittstelle nach draußen, als ob dieser M23-Client, diese virtuelle Maschine, ein wirklich getrennter Rechner im Netzwerk wäre. Mein M23-Server und der Client sind zwar beide innerhalb von der Virtualisierung hier, aber damit verhält er sich halt normal. Wichtiger Punkt, hier haben wir die MAC-Adresse. Die kopiere ich mir in die Zwischenablage und füge die gleich ein. Damit sind wir hier mit der Konfiguration auch soweit fertig. Dann springe ich da einmal wieder rüber, trage jetzt hier meine MAC-Adresse ein. Die IP-Adresse, die wird durch M23 ausgewürfelt. M23 guckt einmal, welche IP-Adressen schon durch M23 verbraucht wurden quasi. Man kann auch IPs eintragen, die über DHCP, über den M23-Server vergeben werden sollen an irgendwelche Systeme, vielleicht Netzwerkdrucker oder so. Und die werden dann halt nicht benutzt. Aber diese IP hier, die 1 und 2, die sind erstmal frei, meint M23. Ich meine, das ist auch so richtig in meinem Testnetzwerk. Also lasse ich das. Jetzt habe ich alle Einstellungen hier gemacht und sage ich jetzt hinzufügen. Dann wird im Hintergrund ein DHCP-Server umkonfiguriert. Der neue Rechner wird dort eingetragen. Dort werden Gutinformationen hinterlegt, die durch den DHCP-Server wieder ausgegeben werden, damit über PXE diese Informationen vom Client wieder abgefragt werden können. Wenn ich den Rechner jetzt starte, einmal das hier abbrechen. Jetzt könnte ich an der Stelle ein ISO einlegen. Das möchte ich nicht. Ich drücke jetzt F12 und dort habe ich ein Boot-Menü, wo ich sagen kann, von wo das System booten soll. Und der Punkt L hier, LAN, das ist das, was ich möchte, da steckt PXE hinter. Und da lädt der PXE-Client erstmal einen Körnel runter und Init-RD. Das ist so ein minimales Linux-System, was in den Arbeitsspeicher von dem Client entpackt wird. Dann haben wir hier ein bisschen Hardware-Erkennung, wo dann Treiber geladen werden für Netzwerkkarten, für irgendwelche Storage-Controller, SCSI und was es alles so gibt. Und dann fragt der M23-Client nach dem ersten Auftrag beim M23-Server, führt den aus und hat auch die Hardware-Informationen an M23-Server übertragen. Da stehen dann die Partitionierungs- und Formatierungsinformationen drin, wie groß die Festplatte ist und so weiter. Und jetzt wartet der M23-Client auf weitere Aufträge. Jetzt kann ich einmal wieder rumspringen zur M23-Oberfläche und jetzt habe ich hier unter Clients den Punkt Einrichten. Das ist aufgebaut wie so eine Ampel, also mit Rot fange ich an, dann rutscht der Client hoffentlich bei Gelb rein und nachher, wenn das System komplett installiert ist, ist es hier grün, da kann ich weitere Installationen mitmachen, also Software nachinstallieren. Jetzt gucke ich bei dem gelben Punkt bei Einrichten und hier haben wir den Rechner Tux-Tage und da gehe ich da auf Einrichten und jetzt habe ich hier meine ungefähr 25 GB große Festplatte, virtuelle Festplatte. Die ist komplett leer. Jetzt kann ich mir hier ein Partitionierungs- und Formatierungsschema aussuchen. Automatische Partitionierung und Formatierung, das ist ein einfaches Schema, was die Festplatte in zwei Partitionen aufteilt, eine Partition für das Betriebssystem, für die Daten und eine kleine Swap-Partition. Wenn ich jetzt ein EFI-System hätte, dann würde es noch so eine EFI-Boot-Partition geben und das ist die Variante hier für BIOS-Systeme. Ja, dann kann ich jetzt, also ich könnte das Ganze auch noch anpassen, ich könnte vorhandene Partition löschen, ich könnte auch relativ frei partitionieren, wie ich das gerne haben möchte, ich kann mir Dateisysteme aussuchen, das Einzige, was ich halt brauche, ist eine Installationspartition und eine Swap-Partition. Den Rest kann ich ziemlich frei definieren. Ich könnte sogar Software-Rates damit bauen und Mount-Punkte definieren, eben wie ich es halt brauche. Für die Demonstration soll das erstmal reichen mit diesen zwei einzelnen Partitionen hier. Dann gehe ich unten auf Partitionierung und Formatierung abschließen und Distribution wählen. Dann hier einmal auf Weiter gehen und dort kann ich auswählen, welche Paketquellenliste ich haben möchte. Diese Paketquellenlisten, das sind die einzelnen Distributionen. Da möchte ich Linux Mint 21 haben und dann kann ich mir hier einen von den Desktops aussuchen. Da habe ich verschiedene Desktops unter Linux Mint, also Cinnamon, Mate. Mate hier ist eine relativ minimalistische Variante, wo eigentlich bloß das installiert wird, um Desktop anzuzeigen. Da sind keine großartigen Anwendungen bei, also so wie LibreOffice und Firefox sind dort nicht mit dabei. Dann gibt es hier Mate Full. Das ist quasi das, was einer normalen Linux Mint Mate Edition Installation entspricht. Dann gibt es noch eine Spezialversion für eine Konfiguration, wo dieser Willkommensbildschirm nicht gezeigt wird und wo Laufhex-Buchstaben nicht auf dem Desktop abgelegt werden. Und für die XFCE-Version gibt es auch nochmal was. Hierfür nehme ich allerdings die Minimal-Version, damit es ein bisschen schneller geht. Und jetzt wird aus dem Internet die Liste mit verfügbaren Paketen runtergeladen, wo auch die verfügbaren Kernel drinstehen. Und da kommen so ein paar Daten zusammen und das wird hin und wieder mal aktualisiert. Ich habe gestern eine Installation gemacht und diese Paketinformationen, die sind jetzt schon wieder veraltet, sodass sie jetzt nochmal komplett neu runtergeladen werden. Dann kann ich hier auswählen, welchen Kernel ich haben möchte. Ich habe hier verschiedene Varianten, wo ich mir einen aussuchen kann. Das kann ich machen, wenn ich zwingende Gründe habe, direkt einen auswählen oder ich lasse es bei diesem Linux-Image-Generic. Da haben die quasi einen vordefiniert von Linux-Mint, was die meinen, was das Beste, was das Neueste ist, was gut funktioniert. Normalerweise würde ich euch empfehlen, nehmt das einfach so, lasst es so und los wechseln, wenn es einen zwingenden Grund gibt. Dann sage ich hier Distribution installieren. Dann gibt es noch eine kleine Zusammenfassung. Wir haben hier keine weiteren Pakete aus einer Zusammenstellung mit dazugepackt. Also das ist jetzt der normale Paketstand, der für diese Distribution mit diesem minimalen Desktop gebraucht wird. Wenn wir jetzt zusätzlich eine Paketzusammenstellung angegeben hätten, dann wären halt weitere Aufträge noch mit dazugekommen, die Pakete installieren oder auch deinstallieren. Man kann auch Paketzusammenstellungen machen, die Pakete deinstallieren. Das Linux-Mint selbst basiert ja auf Ubuntu und auf dem neuen 22.04er Zweig, der Jemmy heißt und die Benutzeroberfläche ist Linux-Mint, äh, ist, ist das Mate und die Konfiguration für Mate ist von dem Linux-Mint 20 zu 21 nicht großartig neu gewesen. Da sind sie relativ konservativ geblieben und von daher heißt es ja auch Linux-Mint 20 Mate, weil dasselbe Paket für Linux-Mint 20 und 21 funktioniert. Wenn wir jetzt einmal kurz rüber springen zur TUX-Tage-VM, das ist jetzt der Punkt, wo partitioniert und formatiert wird und die Informationen werden auch gleich wieder zurück übertragen an den M23-Server, sodass wir die auch wieder sehen können in der, ja, in der Web-Oberfläche. Wenn ich da jetzt einmal rüber springe zum Kontrollzentrum, da haben wir hier eine Echtzeitausgabe, die sieht nicht so hübsch aus, wie wir auf dem System selbst, aber man kann ganz gut lesen, was dort passiert. Da wird jetzt zum Beispiel so ein Basis-Image auf dem System entpackt, was auf Ubuntu basiert. Das ist für Ubuntu und Linux-Mint dasselbe. Das unterscheidet sich nachher in der Konfiguration von Paketen, ob das ein Linux-Mint oder ein Ubuntu wird. So, dann haben wir hier noch die Hardware-Informationen. Da steht einmal drin, was für ein System das ist. Das wird von VirtualBox direkt durchgereicht. Also das ist das System, wo ich jetzt vorsitze. Ungefähr 2 GB RAM wurde zugewiesen. Virtuelle Netzwerkkarte mit dem Controller, wie die Grafikkarte heißt, wie die Soundkarte heißt. Dann haben wir hier mehr oder weniger ausführliche Informationen über das System. Das kann der jeweilige Entwickler von dem System auch festlegen, was dort drin auftaucht. Wenn das jetzt ein Hardware-System ist, können da sogar Informationen drin stehen, ob das Gehäuse einen speziellen Schalter hat um das Öffnen des Gehäuses auszulesen. Also das kann sehr, sehr umfangreich sein. Bei VirtualBox steht quasi bloß ein minimaler Satz drin. Die aktuelle Partitionierung und Formatierung ist direkt ausgelesen worden, nach diesem Partitionierungs- und Formatierungsschritt, sodass wir da auch wirklich die aktuellen Informationen haben. Ja, und dann haben wir verschiedene andere Dinge, was man mit dem System nachher machen kann. Pakete installieren, einzeln, deinstallieren, Client aktualisieren, Aufträge wiederholen. Das ist für das Wiederherstellen des Rechners in der Konfiguration, wie sie in M23 vorhanden ist. Ich kann den Rechner zu einer Gruppe hinzufügen, aber auch zu beliebig vielen Gruppen. Ich kann den Rechner natürlich wieder rausnehmen. Ich kann auch in gewissem Umfang den Rechner hier wiederum ändern. Wenn ich einen anderen Kernel zum Beispiel haben möchte, kann ich das hier drüber machen und vorher ausgewählt habe, einen speziellen Kernel, also nicht dieses Generic, sondern einen speziellen, kann ich das hier drüber ändern. Ich kann natürlich den Client auch wiederum löschen und diese Client-Einrichten-Funktion, die haben wir jetzt auch, weil es gerade an dem richtigen Punkt ist. Ich kann auch Backups von dem System machen. Da kann ich Benutzer-Informationen drin speichern. Ich kann Konfigurationen automatisch backuppen. Das ist über Backup-PC realisiert. Wenn ich gerne Images mache, kann ich das auch über M23, da kann ich von einem vorkonfigurierten System mit meiner total super zusammengestellten Konfiguration kann ich ein Image ziehen und auch auf andere Rechner wiederum ausrollen lassen. Ich kann auch Drucker installieren. Das ist über Caps realisiert. Ich kann die im Netzwerk freigeben. Das kann ich alles über diese Oberfläche beziehungsweise diese Oberfläche leitet denn zu den einzelnen Programmen weiter. Dann habe ich noch weitere Informationen oder weitere Möglichkeiten. Ich kann ein Notfallsystem starten. Dann fährt der Rechner wieder über PXE hoch und ich kann dann über SSH darauf zugreifen, kann da Notfallreparaturen machen. Wenn vielleicht ein Dateisystem defekt gab und das System fährt nicht mehr hoch, kann ich den Rechner über PXE starten, kann denn das Dateisystem versuchen zu reparieren. Das kann ich damit machen. Eine andere Variante zum Wiederherstellen des Rechners gibt es hier. Dann haben wir noch wieder zurücksetzen auf hinzufügen. Das ist so, als ob ich den Client gerade frisch hinzugefügt habe, der aber noch keine Hardwarekennung gemacht hat. Das hat den Hintergrund, dass sich die Informationen, die ich beim ersten Dialog eingegeben habe, nicht verloren gehen, sodass ich den Rechner nicht gelöscht habe und nochmal komplett neu aufsetze. Wenn die also im ersten Schritt richtig waren, kann ich das denn hier mit neuen Distributionen wieder aussuchen, falls mir die alte nicht gefallen hat oder nochmal wieder zurücksetzen, neuen Desktop installieren. Dann gibt es noch weitere Varianten, wie hier Client Wiederherstellen und Aufträge zusammenfassen. Das sind eher so Spezialanwendungen, die aus Kundenprojekten kommen. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit, die Aufträge zu ändern. Da gucken wir einmal kurz rein, weil es hier nämlich auch die Übersicht über die einzelnen Aufträge gibt. Ich habe hier einmal DSM23 Presetup. Das ist die Hardwareerkennung. Die guckt, was ist in dem System verbaut und schickt diese Informationen an M23 Server zurück. Das nächste ist Partitionieren und Formatieren, wie gewünscht. Dann gibt es nochmal hier die Hardwareerkennung, damit auch die aktualisierten Werte drin sind in der Datenbank auf M23 Server. Und dann geht es an das Installieren vom Basissystem, der Distribution. Da wird ziemlich viel eingerichtet. Dann als nächstes grafisches Subsystem. Das ist jetzt zwar nicht mehr X386, sondern jetzt X-Org bei den meisten Systemen. Bei einigen wird auch standardmäßig parallel Wayland mit dazu installiert. Und dann könnt ihr es beim Anmelden auch auswählen, ob ihr eine Wayland-Sitzung haben möchtet oder eine X-Org-Sitzung. Dann kommt das Paket für den Desktop, also den Mate-Desktop hier. Da wird sehr viel Paketinstallation gemacht und anschließend Konfiguration, damit das Ganze wirklich einen funktionsfähigen Desktop gibt. Dann haben wir als nächstes einen Job, der den M23-Client einmal durchsucht. Welche Pakete wurden dort installiert? Das wird direkt aus der Paketdatenbank von dem Debian, Ubuntu oder Linux Mint rausgeholt und dann an den M23-Server übertragen, sodass wir in genau gucken können, folgende Pakete sind installiert in folgender Version und die haben auch folgenden Status. Dann ein Punkt hier. Ja, Upstart umkonfigurieren ist zum Glück jetzt ja eigentlich rausgefallen. Wird zum Glück nochmal, also wird sicherheitshalber auch nochmal geguckt, ob es noch Systeme mit Upstart gibt. Das war ein alternatives Innet-System unter Ubuntu. Das ist abgelöst worden unter Systemd. Falls ihr noch irgendwelche Alt-Systeme habt, wird dieser Job sicherheitshalber nochmal ausgeführt, wird normalerweise nicht umgesetzt, weil kein Upstart mehr vorhanden ist. Dann gibt es einen Neustart von dem Rechner beziehungsweise der virtuellen Maschine und dann haben wir hier Aufträge, die nach dem ersten Starten von dem System direkt von der Festplatte gemacht werden. Das sind Aufträge, die eine Priorität über 100 haben, wie hier dieses APT Daily. Da werden Aufträge automatisch über APT ausgeführt. Damit sich das nicht ins Gehege kommt, mit den Aktualisierungsmechanismen von M23, wird das hier deaktiviert. Und dann haben wir hier noch einen Auftrag, um unseren Testbenutzer hinzuzufügen. Da stehen dann Informationen drin. Der Benutzer heißt Test und das Passwort hier heißt eben auch Test. Dann gibt es ja noch eine Liste mit Gruppen, wozu der Benutzer hinzugefügt wird. Ja, und wenn diese Punkte alle durchgelaufen sind, haben wir hoffentlich ein funktionsfähiges System, mit dem wir auch sofort loslegen können. Wenn ich jetzt mal hier auf Aktualisieren gehe, ist es immer noch in dieser Installationsphase, wo das Basissystem installiert wird. Das dauert auch relativ lange. Gut, dann üpfe ich noch einmal wieder zurück. Wir können auch den Status von so einem System ändern. Also von dem Roten können wir auf den Gelben springen oder auf den Grünen. Sollte man normalerweise nicht machen. Das sind wirklich diese Expertenoptionen. Und da können wir auch Netzwerkbooten aktivieren oder deaktivieren. Also davon solltet ihr normalerweise die Finger lassen und bloß dann, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut, dort eingreifen und eben sonst nicht. Dann gibt es noch Debug-Status ändern. Damit können wir noch mehr Informationen auf dem Bildschirm von dem Client ausgeben lassen, die uns helfen können, wenn irgendwas nicht ganz so rund läuft. Und in das Client-Protokoll, da fließen diese Werte auch ein. Die Client-Direktverbindung, das ist SSH, was wir direkt darauf zugreifen können, während dieser PXE-Phase. Wir können auch noch Paketquellen und Paketzusammenstellungen generieren aus dem, was wir gerade erstellt haben. Da könnte ich jetzt hinterher so eine Offline-Installation machen, indem ja diese ganzen Pakete, die jetzt gerade gebraucht wurden, um das Linux Mint mit Marte zu installieren, die werden auf dem M23-Server dauerhaft abgespeichert, sodass ich den M23-Server eintüten könnte, woanders hintragen. Und an meiner Zielstelle könnte ich ohne Internetzugang dort Rechner installieren mit exakt dem Paketumfang, den ich gehabt habe. Vielleicht noch interessant zu wissen, was macht der M23-Client gerade? Ich kann mir jetzt angucken, wie das aussieht, was der M23-Client Stück für Stück abarbeitet. Das ist ein doch relativ umfangreiches Bash-Skript mit, na, wie viele Zeilen sind es? Da haben wir 4.500 Zeilen ungefähr. Da sind verschiedene Punkte drin. Pakete installieren, Dateien anlegen, konfigurieren, Informationen zurücksenden an den M23-Server. Und das wird Stück für Stück abgearbeitet. Und es besteht eine Verbindung zwischen dem M23-Client und dem Server, sodass der Client immer mal wieder sagt, ich habe den Punkt jetzt fertig gemacht. Und am Ende von diesem Auftrag sagt er, ich bin jetzt mit dem Auftrag durch. Und dann wird auch gefragt nach dem nächsten Auftrag. Und so ist es so eine Kette, die durch die einzelnen Aufträge durchgeht, bis das System halt komplett installiert ist. Genau, also wir könnten auch noch einen Virtualisierungs-Server auf dem System installieren, sodass ich dort wieder weitere virtuelle Maschinen drauf installieren kann, die im Netzwerk sich verhalten wie M23-Clients. Dann mal gucken, da wird es noch nichts geben, weil der Punkt noch nicht abgearbeitet ist. Im Client-Protokoll, können wir auch noch mal kurz gucken, dort sind die einzelnen Punkte eingeschrieben. In diesem Skript, was wir gerade gesehen haben, da gibt es so Informationszeilen, wo Status überprüft wird, wurde die Resolve-Conf geschrieben, hat die Partitionierung und Formatierung funktioniert, konnte ein Fleck dort gesetzt werden, wie gut das geklappt hat. Dinge, die grün sind, die sind gut. Dann haben wir hier gelbe Bereiche, die sind einfach bloß Informationen. Und dann haben wir hier Dinge, die als rot markiert werden. Die sind eigentlich bloß, ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas nicht geklappt hat. In diesem Fall ist das allerdings nicht schlimm. Von daher läuft die Installation auch weiter. Es gibt auch kritische Bereiche in diesen Skripten, wo es quasi eine zwingende Bedingung gibt, die stattfinden muss. Also wenn ein Paket installiert sein muss und das lässt dich nicht installieren, dann bricht auch die weitere Installation von dem System ab. Aber im Moment läuft das Ganze gut durch und wir scheinen X-Org hier gerade installiert zu haben. So, wenn ich da nochmal gucke, genau, dann ist der Punkt jetzt auch durch. Dann geht es gleich hier mit Marte weiter. Und ja, demnächst sollten wir denn auch unser System haben. Oh, 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 oh. Stimmt. Ich habe nur noch drei Minuten. Ich dachte, ich habe bis zehn nach. Gut. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr. Nee, okay, gut. Dann nochmal hier die... Da hatte ich schon mal ein bisschen. Gut, also worauf man den M23-Server installieren kann. Es gibt Debian-Pakete für Debian 10 und 11. Prinzipiell kann man die Pakete auf allen Architekturen installieren, die Debian so bietet. Ich habe es auch mal auf virtuellen MIPS installiert. Dann haben wir den Univention Corporate Server 5. Darauf gibt es das auch. Es gibt für eine Raspberry Pi auch SD-Karten-Abbilder, sodass ich mit einem Raspberry Pi das einfach mal ausprobieren kann. Wenn ich jetzt wirklich das richtig betreiben möchte, sollte ich natürlich ein bisschen mehr dahinter haben. Aber zum bisschen rumspielen geht es. Und für VirtualBox gibt es eine Appliance. Wenn ich auf so einem Debian das Ganze installieren möchte, gibt es ein Skript, das M23-Inst-SH. Das lade ich mir dann erstmal runter, gucke da natürlich einmal rein, damit da kein Mist drin ist. Und dann führe ich das als Hut aus. Dann werden Paketquellen eingetragen. Dann wird da runtergeladen. Dann werden Pakete konfiguriert, installiert und so weiter. Und hinterher habe ich dann meinen M23-Server und kann diese Installation damit machen. Ja, nochmal kurz der Überflug zur M23-22.1. Die Version ist rausgekommen. Großer Punkt war die Unterstützung von Ubuntu 22.04 mit verschiedenen Desktop-Umgebungen. Dann das Linux Mint 20.3. Da gab es zum Glück nicht so viel zu tun, weil das noch auf dem Ubuntu 20.04 basiert. Ja, das war letztendlich so ein Service Release für das Linux Mint. Ubuntu war eben das große Neue. Und jedes Mal gibt es auch sehr, sehr viele kleine Verbesserungen an diversen Stellen. Dann noch als Vorschau auf die kommende 22.2-Version. Da ist großes Thema. Linux Mint 21, wieder mit den bekannten Oberflächen hier. Viele weitere Verbesserungen am Quellcode. Ah ja, okay, genau. Ich habe doch noch ein paar Minuten. Sehr gut. Genau. Also das wird auch systematisch alles an mehreren Stellen verbessert. Da gibt es mal Optionen, die aus Kundensicht hinzugefügt wurden. Ein Kunde wollte denn, dass Clients alle fünf Minuten nach einem neuen Auftrag fragen können. Ja, dann haben wir ein Framework hier, das M23 Autotest hat, womit ich, bevor ich eine neue M23-Version rausgebe, automatisiert Tests stattfinden. Da wird ein M23-Administrator quasi simuliert. Der klickt auch wirklich im Webbrowser rum, aber automatisiert. Und dann werden virtuelle Maschinen angelegt, sodass dort Installationen stattfinden. Ungefähr so wie das, was ich hier per Hand gemacht habe. Das macht M23 Autotest und überprüft jetzt an verschiedenen Stellen, ob irgendein Zustand erreicht ist. Und neu ist jetzt, dass auch simuliert wird, wie sich ein normaler Endbenutzer an einem grafischen System anmeldet. Und dann wird auch geguckt, ob ein Desktop läuft. Dann haben wir natürlich auch wieder Korrekturen dabei. Da gab es Probleme mit dem GNOM-basierten Ubuntu-Desktop. Da hat sich irgendwas geändert innerhalb von der Zeit. Da gibt es dann ein paar Fixe für. Dann, ja, mit dem Paketindex erstellen, damit man auf dem Zielsystem auch Pakete installieren kann. Auch wäre eine Liste, die in der M23-Oberfläche angezeigt wird. Und da gab es ein paar kleinere Probleme in exotischen Konfigurationen. Und, ja, wir haben jetzt bloß noch System D auf den ganzen kleinen System. Upstart ist rausgefallen. Ja, und minimaler neuer Desktop, der keinen Willkommensdialog oder diese Medien-Icons auf dem Desktop zeigt. Dann für die Netzwerk-Boot-Medien-Aktualisierung auf dem aktuellen Kernel. In der Reihe Busybox habe ich auch mal aktualisiert. Ja, also es kommt bei jeder Version eine ganze Menge mit, was man nicht unbedingt über die Oberfläche so erfassen kann. Also sehr vieles ist im Hintergrund. Das ist einfach Produktpflege. Ihr könnt diese Entwickler-Version, die ich jetzt zeige, auch selbst bei euch ausprobieren. Dann könnt ihr erst mal M23 22.1 installieren. Und dann legt ihr eine neue Paketquellenliste an, die zum Beispiel M23 dev.list heißt. Da tragt ihr als Quelle denn meinen 2Kia M23 dev ein, aktualisiert die Paketliste auf einem System und aktualisiert alle Pakete. Und dann bekommt ihr die Entwickler-Version, die so ist, wie ihr sie jetzt gesehen habt. Da sind an einigen Stellen bestimmt noch ein paar Probleme drin. Aber im Großen und Ganzen läuft es schon ganz gut. So, nochmal kurz geguckt. Ein paar Minuten habe ich noch. Das würde ich überspringen, oder? Obwohl, nee, da keine, also ich sehe keine Fragen dazu. Dann würde ich nochmal kurz zum M23-Serveraufbau kommen. Wir haben ein Linux-System, was hier in Debian ist. Da drauf läuft Apache. Und Apache wird gebraucht, um mit PHP einmal die Skripte für die M23-Clients zu generieren. Also über PHP und Datenbankeinträge, die in der MariaDB liegen, werden Bash-Skripte für den Client erstellt. Und auch diese GUI, die Web-Oberfläche, die wird eben auch über PHP Apache MariaDB generiert, sodass ihr über den Webbrowser das Ganze ja administrieren und konfigurieren können. Und dann gibt es noch viele weitere Komponenten, die im Hintergrund laufen, wie ein DHCP-Server, der sich ums Netzwerkbooten kümmert, damit die PXE-Clients die richtigen Informationen kriegen. TFTP-Server läuft im Hintergrund. Eine LDAP-Server läuft auch da für eure Benutzer-Authentifizierung. Ihr könnt auch noch ein NFS oder ein Samba dazu installieren, wie ihr das möchtet. Also eine M23-Server ist sehr, ja, es ist eine Wundertüte mit vielen Optionen, die ihr nutzen könnt, aber ihr seid nicht gezwungen, sie zu nutzen. So, dann würde ich einmal noch rüberspringen. Gut, dauert doch noch ein bisschen länger hier als gedacht. Also der Mate-Desktop, da sind eben sehr viele Einzelschritte noch mit bei, auch wenn es eine Minimalinstallation ist. Sprachpakete werden gerade installiert, damit ihr den ganzen Rechner auch auf Deutsch habt. Ihr könnt auch andere Sprachen wählen, auch Französisch, Englisch, Spanisch wahrscheinlich auch. Also Dinge, die ich selbst eher so nicht benutze. Da habt ihr ja eine große Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten. So, vier Minuten, sagt meine Uhr jetzt. Wahrscheinlich gleich ein bisschen wehen, ja. Dann noch ein Hinweis. Abonniert meinen Kanal. Also ich mache verschiedene Videos zu beruflichen und privaten Themen aus dem Linux- und Open-Source-Bereich. Da könnt ihr einfach mal gucken. Ich habe einen Kanal bei YouTube und bei Peertube auch und alle Informationen findet ihr runter hier weisheit.goes-habermann.de und da könnt ihr einfach mal reingucken, wenn euch sowas interessiert. Das sind relativ techniklastige Themen. Also nicht nur M23. M23 ist eher ein sehr geringer Teil davon. Eben alles Mögliche, was ich so mache auf dem Bereich. Entweder Dinge, die mich wirklich selbst interessieren, weil ich sie benutze oder aus dem beruflichen Umfeld, weil ich da irgendwelche Aufträge hatte. Ah, Zielgerade erreicht. Jetzt unten blinkt es noch so ein bisschen. Das sind denn die letzten Aufträge. Also wie Benutzer anlegen. So, kann ich hier noch einmal aktualisieren. So, jetzt ist auch wirklich der letzte Auftrag durch. Denn bevor der letzte Punkt nicht ausgeführt wurde, kann ich mich mit meinem lokalen Konto auch nicht anmelden. So, jetzt melde ich mich einmal noch mit meinem Testbenutzer an. Und jetzt habe ich hier so ein minimalistisches Linux Mint, in der Variante auch mit dem Willkommensbildschirm. Der ist mit dabei. Und wenn ich einmal schaue, welche Anwendungen mit dabei sind, da herrscht eher so ein bisschen gähnende Leere. Das soll auch so sein. Ihr könnt jetzt nämlich beliebig euch weitere Pakete dazu auswählen, die ihr haben möchtet, wenn ihr jetzt kein LibreOffice haben wollt, was im Standardumfang mit dabei ist, sondern vielleicht OnlyOffice mit installieren wollt, dann ist das hier so eine gute Basis, um darauf quasi eure eigene Distribution zu bauen. So, ich glaube, dann habe ich wirklich noch eine Minute. Ja, gut. Dann. Insofern, Informationen bekommt ihr einmal über meine Webseite. Das ist eher so die geschäftliche Webseite für meine Dienstleistungen. und auch, wo die Informationen zu allen Folgen sind von nicht der weißheit letzter Schluss. Und M23 bekommt ihr über die Sourceforge-Seite in den verschiedenen Varianten ISO-Image, was sehr primitiv ist, um damit einen Rechner zu installieren, den ihr als M23-Server benutzen wollt, diese Appliance für VirtualBox, das SD-Kartenabbild, die Pakete für alle möglichen Debian-Varianten. Genau, das wäre so das, was ich euch noch auf den Weg mitgeben würde, denn für Fragen ist jetzt doch keine Zeit mehr. So, ich glaube, jetzt habe ich die Zeit auch wirklich ausgeschöpft, oder? Zehn nach. Ja. 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 Vielen Dank.